Aufs Schlauchboot mit der, wie sie herkamen und ein Igel als Haustier. Hunde, die bellen, beißen nicht. Schön deutsch. Ein Veranstalter meinte, der Gag ist zu politisch. Ich soll mehr mit Sex machen. Und zehn muslimischen Männer-Stopsungen. Frauenhass, zum Beispiel. Ja, ihr lacht, ne? Aber das Ding ist ne Waffe. Rede von uns. Deutschland. Ist es nicht ein bisschen spät zum Beten? Es ist nie zu spät zum Beten. Ich habe ausgeteilt und du hast eingesteckt. Ich bin Feri, 27 und Flüchtling.